Hey Leute, Sentry am Start. Heute geht es eine Woche nach Ibiza und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns beim Flughafen. Bis gleich. Jetzt geht es noch zu einer Bar oder zu einem Strand, irgendwie sowas und dort wollten wir uns den Sonnenuntergang angucken, also geht es direkt dahin. Okay Leute, heute ist ein neuer Tag und ja, ich bin jetzt mal draußen, hol mir eben was zu essen, weil ich wollte nicht zum Frühstück, weil das ist hier nicht so geil. Also, ja, habe ich einfach weiter geschlafen und hol mir jetzt irgendwann in der Pool, um etwas zu essen und ja, heute fahren wir in die Stadt, weil hier ist nicht so geiles Wetter heute, es ist alles nass, es hat voll noch geregnet und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, wir haben jetzt den nächsten Tag und gehen jetzt auf so einen Hippie-Markt. Ja, ich bin mal gespannt, wie der wird, da sollen irgendwie Klamotten oder sowas sein, also mache ich mich mal schnell auf den Weg. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.